Ja, mein wirst du nicht. Mein Mikro ist doch zu gut eingestellt, hört man nicht. Mann, man geht nur. Ja, was denn? Was hört man nicht? Dass du trinkst? Wenn ich die Flasche aufmache. Ach so, ich dachte, jetzt hätte er deinen Kopf in eine Flasche gesteckt und dann so. Luft. Ich habe den Kopf in die Flasche gesteckt. Gibt Leute, ne? Der verzweifelt so. Man war da drin, hat den ganzen Kopf reingekommen. Ja. Aber wenn du die Flasche zum Mund führst, dann ist das Wacom dann andersrum. Ja, wir sind doch alle da. Wir sind alle noch da, ja. Das sind schon wieder nicht. Okay. Scheinbar nicht, ne. Na klar, ich spreche nicht, German. Oh, ausgedacht. Besser ist ja noch, I speak Germany. Aha, du sprichst ein Land? Okay. Guten Dank. Ich muss morgen mal testen, warum das hier andauernd abkackt. Warte, ne. Ne, lassen wir es lieber. So. Ja, Schaufeln haben wir, Pickaxe haben wir. Irgendwie. Ah, ich bin so unsortiert heute. Bisschen. Heute? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe schon wieder nur Müll im Inventar. Das will ich auch nicht. Das auch nicht. Ja, nimm doch die Hand da mal wieder raus. Oh. Ach, im Inventar. Na gut, vergiss es. So, ich komme dann mal wieder zu dir, während das Nachtwirt. Ja, du kannst mal weiter buddeln, ich gehe ins Lager. Weil ich baue nachts nicht mehr weiter da hinten. Ah, ne. Ah, ah, ah. Ah, ein... Interessant, so weit finde ich immer. Ja, der ist jetzt übrigens im zweiten Stock ausgelagert. Wir haben zu viel. Die ist schon längst im zweiten Stock ausgelagert. Ja, da ist schon wieder ne Kiste voll. Ich halte, dass man nicht so einen Trichter bauen kann, der einfach mal so in ne Schlucht und dann plopp. Dann plopp. Er versteht es nicht, ne? Ja, warum sollten wir das wegschmeißen? Weil Baum... Nenn mir einen deftigen Grund. Einen deftigen, weil man Erde nicht kochen kann. Richtig deftigen. Ja. Du kannst nicht kochen, also wird sie nicht deftig. Das ist doch ganz klar. Ach, ja. Genau. Und braten gehen wir auch so schlecht. Ne, das ist... Na gut, Stein kannst du wenigst kochen, also das geht. Bruch, Bruch, Bruchstein. Ja, das geht. Ich weiß gar nicht, was er sagt. Oh, ich hasse Kisten aussortieren. Ich glaube, ich köpfe die Regelung und jeder räumt ja selber ein. Nein. Doch. Wer hat sich als Lagerist gemeldet? Nein. Ach, du fuckst, die fackeln da draußen dran, okay. Wir stimmen ab, du hast verloren. Na ja, also, er wollte gleich spoilern. Ich bin dagegen. Ich bin dafür, dagegen zu sein. Ne? Ich bin dafür, dass ich dagegen will. Ja, ja. Genau so, nicht anders. Ich sollte eigentlich mal gucken, ob die Aufnahme überhaupt wirklich läuft. Ne, hier laufen ganz viele Creeper um. Ich habe wieder Pfeile. Hui. Treffer und noch einmal und... Ey, du Sack. Ich schieße zurück. Ey, kloppelt mir. So sieht es aus. So, weil wir können ja noch wieder Schwarzpulver und so gebrauchen, oder? Und Capistone ist auch ausgelagert im zweiten Stock. Okay. Irgendwo, dachte ich zumindest, habe ich noch ein bisschen reingestopft. Ja, ich stoppe auch so vieles irgendwo rein, also... Gegenüber von der Erde. Wo kommst du denn jetzt her, Jutika? Hier, jebt das nix umsonst. Mensch, ey, die kapieren es auch nicht, ne? Komm, je, geht mal an die Scheiße an. So, höh, ich will was umsonst. Oh, ja. Juh. Es ist schön, dass ich hier als Abstecker damit... Ich bin da, komm! Ich weiß nicht, was für Schmerzen er hat, aber es klingt nicht wirklich gesund. Wie siehst du das Fortunio? Ja. Nämlich zu. Schüppdi-duppdi-dü-di. Ich hoffe, hier oben ist keiner. Nicht, dass mir einer auf den Kopf springt. Ne? Ist ja ein bisschen ungesund. Wäre auch mal cool, wenn der Creeper einem auf den Kopf springt und dann explodiert, ne? Währenddessen. Gucken wir, was dann passiert. Fließt ihr dann durch den Boden? Fändet das nicht so cool. Naja, also andersrum haben wir jetzt schon zweimal geschafft. Also, die Kunst haben wir hinter uns. Würde ich doch mal sagen. Es ist aber immer bemerkenswert, sobald man irgendwie aufnimmt, als hätte man... Ja, sobald du aufnimmst, laberst du doch ununterbrochen. Ich laber ununterbrochen, so... Kann man ja gar nicht sagen. Würde ich niemals tun. Nein, ich doch nicht. Ich laber doch niemals ununterbrochen. So ne Frechheit. Ich bin auch sowas von schüchtern. Tralala. Ne? Ja? Ja? Genau. 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 So. Was rau ist. Genau. Nicht Jena? Genau. Und, ist schon wieder Tag? Jena, na, Jena. Jaja, ist Tag. Total hellgrell hier. Ach ne, ich hab Fackeln aufgestellt. Tut mir leid. War mein... Mein Fehler. Mein Eertum. Dass ihr mal zu zweit hier auftreten müsst, ey. No, mon amora. Ja, und noch ne Spinne dazu. Und meine Oma kommt gleich auch noch aus dem Grab. Und denn, ja, ey, ne? Mal dabei sein, mal frei sein. Was? Du willst frei sein? Wirt. Wirt. Was? Wer? Warum? Oma? Bist du das? Töte es. Warum hast du hier eigentlich drei, äh... Drei Eingänge nebeneinander gebaut? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Tralala. Pfeile, ja. Und ich heb sie nicht auf. So was liebe ich auch. Hier haben wir Sand. Juhu. Den haben wir gar nicht erkannt. Äh, haben wir noch mehr? Jawoll, ja. So, jetzt haben wir die Pfeile auch aufgerufen. Da muss mich ganz Kaffetür. Oh, Kaffetür. Ja, so ein Tür wäre auch toll gewesen. Aber das kommt eigentlich später. Dann baut hier jeder sein Häuschen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Ne? Ist ja unweit von dem anderen. Ne? Hallo, Babalasen. Naja, ab und zu habe ich doch das Echo drin. Schabalala. Oh, nee, sollte ein Lied werden. Sorry. Na, heutzutage geht doch alles durch Kunst. Also, ich bin künstlich, singe nur. Bis. Achtung, da kommt ein Zombie. Ey, Zombie. Copyright. Was, Copyright? Ja, genau. Geh mal, f*** dir, ey. Ah. So, danke. Du killst nicht durch die XP. So, machen wir weiter. Hachi, mein Schatzi. Aha. Hachi, mein Schatzi? War der Hande-Duda da? Oder wie jetzt? Oh, meine Güte, ey. Trinkst mal so einen Schluck abgestandene Cola und schon, ey, geht's los hier. Abgestand. Ja, die ist von vorgestern. Also, ist doch schon halb abgestanden. Na, du Gliederwuchtel. Autsch. Von vorne, von hinten. Pass auf, hinter dir ist eh noch. Ja, Uff, Gott. Auf, du, Gott. Ja, das steht die alle wenigstens nicht. Weg, Budde. Ja, also, äh, die sprengen dann richtig, ne? Wir haben immer noch nicht genug Platz für alle Häuser. Schrecklich. Wir haben gerade mal zwei von euch. Ah, ich hab noch ein halbes Herz. Regeneriere. Wo ist denn der denn jetzt? Oben auf dem Märchen. Da ist gar keiner. Dann war es ein Skeletor-Geist. Ich weiß das nicht. Schade, jetzt ist es nicht mehr. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Was schleppst du mit dir alles wieder rum? Wieso? Der hat schon wieder die ganzen Smaragden mehr inventiert.